Edward Graham, Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes und der Spuk in der Burgruine Seine weltberühmten Abenteuer, Folge 24 In der Morgue Über der Millionenstadt London lagerte die Stille der Nacht. Der Mond warf seine bleichen Strahlen über die Dächer auf die Straßen und Plätze, die nur trübe von den einzelnen Nachtlampen erleuchtet waren. Nur in einem Haus der dunklen und stillen Brother Street brannten die elektrischen Lichter und durch die verhängten Scheiben sah man hastig hin und her irrende Gestalten, die sich gleich schwarzen Silhouetten an den Scheiben abhoben. Dieses eine Haus mit seinen finstern dicken Mauern und der ausgetretenen Steintreppe war die Morgue, wohin alle Toten, die man fand, oder auch solche, die zwecksgerichtlicher Feststellung der Todesart seziert werden sollten, gebracht wurden. Ganz ähnlich wie das Äußere des schmucklosen Hauses war das Innere. Einige trübe elektrische Birnen bezeichneten den Weg, den all die Unglücklichen entlang gingen, nämlich durch einen breiten, langen Korridor in den Schauraum, der beständig in einer Kälte von zwei Grad Celsius gehalten wurde, um die Leichen vor Verwesung zu schützen. Auf schmalen Gerüsten lagen hier sechs Tote still beisammen. Vier davon waren Menschen mit Alltagsgesichtern. Nur die beiden letzten fielen auf. Mit äußerst feiner Kleidung angetan, zeigten beide Gesichter den Typ des Weltmannes des Gentlemans. Beide hatten gut gepflegte Bärte und gepflegte Hände. Wie kamen die Herren hierher? Übereinstimmend aber befand sich zwischen den beiden Augen ein kleines Loch, kaum zu erkennen, aus dem das Leben entwichen war, gewaltsam den blühenden Menschen geraubt durch ein kleines Stück Blei. Die Uhr mochte wohl die zweite Morgenstunde zeigen, als sich die Tür des Raumes öffnete und der diensthabende Inspektor mit vier Trägern eintrat. Leise, als wollte er den Schlaf der Toten nicht stören, gebot der Beamte den Trägern, die sechs Leichen in den draußen wartenden Wagen zu schaffen und sie zum Friedhof in Palmall zu befördern. Stumm gehorchten die gut geschulten Leute und nach wenigen Minuten rasselte der Wagen davon. Leise, mit dem Kopf schüttelnd, begab sich der Inspektor in seine Dienststube zurück und trug die einzelnen Daten in das Hauptbuch ein. Dann legte er bedächtig die Feder fort, stand auf und begann langsam in der Stube auf und nieder zu gehen, wobei er ab und zu einige Worte vor sich hin murmelte. »16 Fälle in dieser Woche, was soll das bedeuten? Selbstmorde? Gordon meint es. Sollte ich, wenn doch Sherlock Holmes bald zurückkäme? Mir schwant nichts Gutes, es geht ein dunkler Schatten durch London. Wenn er ereilt, ich fange an, nervös zu werden.« Und plötzlich eilte er an seinen Schreibtisch und entnahm einer Schublade einen Revolver, den er in seine Tasche gleiten ließ. »Wenn nur McGordon erst käme,« murmelte er weiter. »Er versprach mir doch, mich noch vor Ablauf meiner Dienststunde aufzusuchen.« »Aber es scheint so, als wenn der Polizeieinspektor dringend erholungsbedürftig ist, obgleich er noch genauso liebenswürdig und gemütlich ist wie früher. So, 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 er scheint sich vor etwas zu fürchten.« »Ihm wird selber unheimlich zumute, kein Wunder auch.« »Ha!« Der Inspektor schrak plötzlich zusammen. »Rrrr«, rasselte das Telefon. Langsam ging er zum Apparat. »Hier die Morg, Inspektor Riffles als diensthabender Beamte.« »Ist Mr. Gordon dort?« Scholl ist zurück. »Nein, hier ist die Morg. Sie müssen sich mit Scotland Yard verbinden lassen, wo Mr. Gordon meines Wissens sich momentan aufhält.« »Mir wurde von dort gesagt, dass Mr. Gordon augenblücklich in der Morg wäre. Ich bin Mrs. Aberdeen. Wissen Sie vielleicht, ob mein lieber guter Mann schon aufgefunden ist?« »Nein, verehrte Frau, tut mir unendlich leid, aber verlieren Sie nicht die Hoffnung. Sie müssen nicht gleich an das Schlimmste denken. Ihr Mann wird sich wohl noch gesund einfinden. Gute Nacht, Mrs. Aberdeen.« Mitleidig hängte er den Hörer an. Auch einer, die auf die Rückkehr ihres Gatten vergebenshofft. Riffles fetzte seine Wanderung durchs Zimmer fort. Nach einigen Minuten blieb er stehen. »Dort kommt jemand die Straße herab. Sollte das der Polizeiinspektor sein?« Er ging an die Haustür, schloss sie auf und trat hinaus. »Richtig!«, rief er erfreut dem Entgegenkommenden zu. »Wie habe ich Sie erwartet, Mr. Gordon? Kommen Sie herein, hier draußen ist es kalt, unfreundlich und unheimlich,« setzte er leise hinzu, dem Inspektor die Hand drückend. Vorsichtig schaute der sich nach allen Seiten um und betrate dann erst mit Riffles die Dienststube, Hut und Mantel aus dessen Taschen er zwei insicherte Revolver nahm, auf einen Stuhl liegend. Riffles warf einen unruhigen Blick auf die beiden Waffen. »Nun, Mr. Gordon«, meinte er dann gedehnt, »Sie haben sich ja gut versehen.« »Das ist aber auch nötig, sehen Sie hier.« Und er holte seinen eigenen Revolver aus der Tasche. »Seit zehn Jahren lag diese Waffe ungeladen in der Schublade meines Schreibtisches. Jetzt, nun für sechs Verbrecher, sage ich gut.« Und er lachte ingrimmig. Gordon nickte. »Sie haben recht, wie mir scheint, lieber Riffles. Aber was nützt uns das alles, wenn wir doch nicht wissen, wo wir überhaupt anfangen sollen? Was nützt mir eine Uhr, wenn ich sie nicht habe? Es fehlt ja absolut jeder Schatten eines Beweises, dass ein Verbrechen stattgefunden hat, dass die einen verschwinden und die anderen sich totschießen. Was tue ich damit? Sagen Sie mir, was ich beginnen soll. Ich bin Ihnen für jeden Fingerzeig dankbar, lieber Kollege.« Riffles zuckte die Achseln. »Ich Ihnen Fingerzeig gebe, dass ich nicht lache, Mr. Gordon, mir ist jedoch so unsagbar traurig und elend zumute, dass ich das Lachen verlernt habe.« »Mir geht's gerade so«, meinte er sinnend Gordon. »Dass aber auch unsere letzte Instanz nicht da ist, Mr. Sherlock Holmes, nämlich... Na, das ist das Schlimmste. Hat er Ihnen denn nicht telefoniert, wann er wiederkommt?« »Nein! Wer kann denn das wissen, Mr. Riffles? Es ist alle Tage Jagdtag, aber nicht alle Tage Funk-Tag. Sie kennen doch das Egerwort. Doch telefonieren Sie noch einmal an ihn. Es ist ja möglich, dass er bereits eingetroffen ist.« Riffles ließ sich mit der Wohnung Sherlock Holmes verbinden und läutete Sturm. Doch umsonst niemand meldete sich. »Nun lasst es genug sein«, bemerkte Gordon in einem Anflug von geiligem Humor. »Er ist eben nicht da. Zeigen Sie mir die Buchungen, damit ich sie unterschreiben kann und dann, wohin soll ich mein Haupt zur Ruhe betten, ohne die tödliche Klinge meines Mörders im Herzen spüren zu müssen?« Riffles legte die Scheine und das Hauptbuch vor und mit einem matten Federstrich unterschrieb der Polizeiinspektor die Berichte, ohne sie selbst auch nur mit einem einzigen Blick zu prüfen. »Was haben Sie noch, Mr. Gordon, wenn ich fragen darf?« bemerkte verwundert Riffles. »Sie haben Ihre frühere Elastizität vollständig verloren.« Gordon schaute den Fragenden mit großen Augen an. »Ist das ein Wunder, Riffles, wenn man stündlich um sein Leben zittern muss? Wenn man jeden Augenblick die mörderische Kugel aus dem Hinterhalt erwarten muss? Wenn einem das Leben durch anonyme Drohbriefe und dergleichen verbittert und einem Hab und Gut genommen wird? Ich möchte fast selbst dies furchtbare Dasein beenden. »Komme ich da soeben vom Hauptquartier?« fuhr er nach einer Weile des Schweigens fort, während Riffles Starr dem Polizeiinspektor gegenüber saß. Als ich hinter mir den eiligen Schritt eines Mannes höre. Ich ziehe meinen Taschenspiegel, konnte aber wegen des unsicheren Lichtes nichts erkennen. »Nun gehe ich kreuz und quer alle Seitenstraßen, die hierher führen. Was meinen Sie? Der Mann folgte mir wie mein Schatten. Endlich wird die Sache mir zu dumm. Ich drehe mich um, um den Mann anzusprechen. Da, was meinen Sie? Weg ist der Kerl! Weg! Als habe der Erdboden ihn verschlungen. Wo er gestanden haben muss, war links ein altes, baufälliges Haus, während zur Rechten sich die Gartenmauer eines Grundstückes entlang zieht. Ich untersuchte alle Türen des Gebäudes, sie waren aber fest verschlossen. »Es ist zum Verzweifeln!« »Sie hätten auf den Kerl schießen sollen, Mr. Gordon.« »Wie soll ich schießen, wenn ich ihn nicht genau sehe? Ich kann nicht zu mir nichts dir nichts auf eine schattenähnliche Gestalt feuern, nur weil sie mir nachgeht? Nein, mein Lieber, zu allem anderen bin ich schon bereit. Aber ohne Überlegung einen Menschen kaltblütig niederknallen, das ist nicht meine Art.« Riffes drückte dem Sprecher die Hand. »Natürlich, ich kenne Sie als Ehrenmann, Mr. Gordon. Wollte Gott, dass bald der große Detektiv eintrifft. Gegen dessen Genie kommt selbst der Beste unserer Beamten nicht auf.« »Ja,« riffes, »ich pflichte Ihnen bei. Aber wie sollen wir es in Erfahrung bringen, wann Mr. Holmes zurückkommt? Wollen Sie mir den Gefallen tun und vielleicht gegen Ende Ihres Dienstes nochmals bei Mr. Holmes anklingeln? Falls er antwortet, unterrichten Sie ihn davon, dass für mich viel, unendlich viel darauf ankommt, ihn baldigst sprechen zu können.« Dann telefonieren Sie nach Scotland Yard. »Der dort Wachthabende wird wissen, wo er mich zu finden hat. Doch nun adieu, Mr. Riffes. Hoffentlich sehen wir uns baldigst in eine bessere Zeit versetzt. Sonst fürchte ich.« Gordon sprach den Satz nicht zu Ende. Aber Riffes verstand voll auf, was gemeint war, denn er drückte dem Inspektor warm beide Hände und sagte dann, »Sehen Sie nur mutig der Zukunft entgegen, Mr. Gordon. Hoffen wir das Beste. Adieu. Auf Wiedersehen.« Zwei Minuten später befand sich der Polizeiinspektor auf der Straße und schlich, sich vorsichtig im Schatten haltend, einem Droschkenhalteplatz zu. Dort pfiff er eine Droschke, stieg ein und rollte einem bestimmten, dem Kutscher vorsichtig ins Ohr geflüsterten Ziele zu. Eine folgenschwere Enthüllung »Ja, mein lieber Doktor«, meinte Sherlock Holmes, der geniale Kriminalist zu Dr. Watson in gemütlichem Tone, als beide mit brennenden Pfeifen vor dem lustig flackernden Kaminfeuer in ihrer Wohnung in der Baker Street saßen. »Denken Sie denn, dass alle Zeitungsartikel, die Sie in der Times finden, auf reellen Tatsachen beruhen?« »Aber Holmes, so lesen Sie doch einmal diesen Absatz«, unterbrach Watson Holmes, indem er ihm eine ausgeschnittene Spalte der Times gab. Holmes nahm dieselbe lächelnd und las. Rätselhafte Erscheinung In der alten, prächtig erhaltenen Burgruine von Pall Mall, etwa drei Wegstunden vom N. London, dicht am Friedhof der Selbstmörder, scheint ein Geist sein Unwesen zu treiben. Trotz unserer aufgeklärten Zeit wissen wir vorläufig keine Erklärung für das sonderbare Vorkommnis zu finden. Der Tatbestand ist folgender. Gestern etwa um sechs Uhr abends hörten zwei Polizisten, die an der Ruine vorbei patrouillierten, aus dem Innern des riesigen Gebäudes einen furchtbaren Schrei. Rasch drangen beide, mit ihren Knütteln bewaffnet hinein, der Richtung des Schreies nach und gelangten über einen Korridor in ein weites Gemach, in dessen Mitte, wie beide Männer übereinstimmend aussagten, eine große, weiße, leuchtende Gestalt stand. Zu Füßen dieser Gestalt, deren Antlitz grässlich entstellt gewesen sein soll, lag in den letzten Zuckungen ein gut gekleideter Mann. Er hatte sich mit einem Rasiermesser die Kehle durchgeschnitten. Beide Konstabler wollen im ersten Entsetzen zwar gestutzt, dann jedoch gemeinsam die grauenhafte, leuchtende Spukgestalt mutig angegriffen haben. Aber als sie zupackten, fassten sie in lauter spitze Nadeln oder Nägel hinein, sodass ihre Hände und Arme grausig zerfleischt wurden. Mit einem Schrei warfen sich beide rückwärts. Währenddessen soll eine Feuersäule zwischen ihnen und dem unheimlichen Gebilde aufgestiegen und dieses selbst plötzlich verschwunden sein. Wären nicht die schrecklichen Wunden an den Händen der Polizisten zu sehen, so würden wir sagen, dass beide in der Erregung ein wahnhafter Spukgesicht beirrt hat, der Auswuchs seines fieberhaft überreizten Gehirns. Aber so steht man vor einem Rätsel. Die Leiche wurde ins Schauhaus gebracht und eine Belohnung von zehn Pfund auf ihre Identifizierung gesetzt. Wie vorauszusehen, zog diese Belohnung hunderte von Leuten an, aber bis jetzt hat kein Mensch den Toten erkannt. PS. Von einem unserer Berichterstatter hören wir soeben, dass unser größter Detektiv unserer Zeit von seiner Reise zurückgekehrt ist. Hoffen wir, dass derselbe das Dunkel, das die ganze Angelegenheit umschwebt, lösen wird. Sehen Sie, Holmes, unterbrach Watson die Stille, der die nach dem Vorlesen des Obigen eingetreten war. Sehen Sie, dass selbst die sonst allwissende Zeitung geneigt ist, derartige Sachen, wie hier das Erscheinen eines Geistes, dessen Berühren jeden Menschen Unheil bringt, zu glauben? Mein lieber Watson, glauben ist in dieser Beziehung noch kein Wissen. Da es aber schlechtweg auf dieser Welt keine Geister gibt, keine geben kann, so weiß ich selbst persönlich, dass, wenn die Konstabler tatsächlich eine derartige Gestalt gesehen haben, diese ein Mensch mit Fleisch und Bein ist und aus einem mir bis jetzt unbekannten Grund sich in die Gestalt eines Geistes verwandelt hat. Doch dort kommt jemand die Treppe herauf, unterbrach er sich plötzlich. Sehen Sie bitte zu, wer es ist. Dieser langsame, schwere Schritt ist mir ganz unbekannt. Bereitwillig öffnete Watson die Tür und herein schwankte Mac Gordon. Sie, alter Freund, aber was ist denn passiert, dass Sie so müde, so niedergeschlagen sind? Der Inspektor ließ sich schwer in einen Sessel fallen. Mr. Holmes, ich bin ein Verzweifelter, ich bin ein Verlorener, wenn Sie mich nicht retten. Ich bin moralisch, was man ein Wrack nennt, ein elendes, zugrunde gehendes menschliches Wrack. Na, na, alter Freund, so schlimm ist es ja noch nicht, begann Holmes tröstend. Watson? Reichen Sie doch bitte, Mr. Gordon, einmal die Zigarrenkiste herüber, da wird er sich rasch erholen. Danke, danke, ich rauche jetzt nicht, Mr. Holmes. Sie wollen mich trösten, ja, das ist auch notwendig, aber es wird auch Sie ein Grauen fassen, wenn Sie wüssten, was seit den letzten Monaten, in denen Sie verreist waren, passiert ist. Ach, Ihre Abwesenheit! Haben sich die Verbrecher zunutze gemacht? Also hören Sie bitte in aller Ruhe meinen Bericht an. Vor nunmehr drei Monaten verhafteten Sie den Raubmörder BEMT und gaben uns das von Ihnen gesammelte Material zwecks Überführung. Ich schloss die Akten in meinen Tresor. Am nächsten Morgen denken Sie sich meine Überraschung. Weg waren die Akten, spurlos, als habe der Wind sie fortgeblasen, waren sie aus dem dicken, stahlgepanzerten Tresor verschwunden. Das Merkwürdige dabei ist auch noch, dass der oder die Diebe verschiedene Goldstücke, die ich lose im Schrank gelegen hatte, nicht mitgenommen hatten. Einen Schlüssel hatte nur ich. Ich pflege ihn nie von mir zu legen. Die Geschworenen aber konnten aus unseren eigenen Aussagen sich kein rechtes Bild machen und so wurde der Gerichtstermin bis zu ihrer persönlichen Anwesenheit und Vernehmung vertagt. Damit fing alles unheil an. Drei Tage später war der BEMT aus seinem eisernen unterirdischen Kerker verschwunden. Der Wärter lag mit durchstochener Brust vor der Tür. Und nun ging's los, Mr. Holmes, als ob alle Gerechtigkeit zum Teufel wäre. Überall wurde dem Gesetz systematisch entgegengearbeitet. Überall stellten sich die besten Verteidiger zur Verfügung, wenn es galt, einen Spitzbuben der Hand der Gerechtigkeit zu entziehen. Leute mit gewaltiger Beretsamkeit, uns vorher gar nicht bekannt, sprachen für die Angeklagten. So dass viele Verbrecher teils freigesprochen, teils nur mit geringen Strafen belegt wurden. Und nirgends fand sich für uns die Stelle, wo wir den Hebel des Gesetzes mit ganzer Wucht ansetzen konnten. Dazu kam noch eine ganz merkwürdige Epidemie, die momentan ansteckend in London herrscht. Fast kein Tag vergeht, wo mir nicht ein bis zwei Selbstmorde gemeldet werden. Dann verschwinden hier und da angesehene Bürger unserer Stadt, ohne dass ihr verbleibt, trotz hoher Summen, die auf die Aufwindung derselben gesetzt waren, bekannt wurde. Es ist zum Verrücktwerden. Auch spukt es in London. Dr. Watson hat ja wohl, wie ich sehe, die neueste Nummer der Times da. Sie können es drin nachlesen und dann sich einmal die zerfleischten Hände meiner braven Untergebenen anschauen. Ich meine, der betreffenden beiden Schutzleute. Und nun? Und nun? Aus den Augen des harten Polizeiinspektors rannen ein paar schwere Tränen. Und nun? Sehen Sie dies? Und er überreichte dem schweigend und gespannt lauschenden Holmes einen zerknitterten Brief. London, den 14.05.1910 An den Polizeiinspektor Gordon. Sie werden hiermit aufgefordert, sofort Ihr Entlassungsgesuch einzureichen. Tun Sie dies nicht, so wird binnen 48 Stunden Ihr Hund Nero sterben. Wagen Sie es nicht, dem Schreiber dieses Briefes nachzuspüren. Ihr sofortiger Tod wäre die Folge. Fragend blickte Holmes den Polizeiinspektor, der zusammengeknickt vor ihm saß, an. Nun? Und? Ja. Und denken Sie sich, zwei Tage später fand ich meinen Hund mit durchgeschnittener Kehle tot in meiner Wohnstube. Was? fuhr Holmes auf. Diesen riesigen, auf den Mann dressierten Hund? Jawohl, Mr. Holmes. Und dabei, es ist das Schlimmste, lag ein Zettel. Hier ist er. So stirbst auch du, wenn du nicht gehörst. Holmes legte sich in seinen Lehnstuhl zurück. Nun? Und weiter? Ich nahm mich von dieser Stunde an in Acht, Mr. Holmes. Ich folgte Ihrem System, in dem ich bald hier, bald dort übernachtete, bald in dieser, bald in jener Verkleidung auftrat. Dem habe ich auch wohl nur zu verdanken, dass ich heute noch lebe. Aber wie lebe, oh Mr. Holmes? Helfen Sie mir! Als ich heute Morgen in meinem Büro saß, brachte mir ein untergebener, ein versiegeltes Kuvert. Ich öffnete es und fand dies. Sie wagen es, uns zu trotzen. Dies bedeutet Ihren Tod. Wir geben Ihnen noch drei Tage Zeit. Ist bis dahin Ihr Entlassungsgesuch nicht bekannt geworden, so sterben Sie wie Ihr Hund Nero. Gestern übernachteten Sie bei Burlington als Strolch, wo gestern als Privatier bei Minks. Wir kennen Ihre Verkleidungen. Wagen Sie es nicht, uns Sherlock Holmes auf den Hals zu hetzen. Auch er steht auf unserer schwarzen Liste. Jeder Schritt von Ihnen wird uns hinterbracht. Die setzt allen die Krone auf, Mr. Holmes. Was soll ich tun? Raten Sie mir! Helfen Sie mir! Und wieder rollten ein paar schwere Tränen aus den Augen des verzweifelten Inspektors. Holmes hob ruhig die Hand. Seien Sie ein Mann, alter Freund. Besetzt ist alles drunter und drüber gegangen, doch es soll anders werden. Ich versichere Sie dessen. Lassen Sie mich nachdenken und stecken Sie sich inzwischen eine Zigarre an, um Ihre im höchsten Grade angegriffenen Nerven zur Ruhe zu bringen, aber stören Sie mich nicht. Und Holmes legte sich behaglich in seinen Sessel zurück. Eine Viertelstunde mochte so vergangen sein, als er den Kopf hob. Mr. Gordon, haben Sie den Hund in der Anatomie auf Gift untersuchen lassen? Auf Gift? Nein! Der erste Fehler, murmelte Holmes leise vor sich hin. Aber gut, fuhr er dann laut fort. Gordon, alter Freund, es handelt sich jetzt um Ihr Leben. Wir müssen tun, was die Verbrecher wollen. Drei Tage haben Sie Zeit. Lassen wir also einen Bericht in der Times erfolgen. Des Inhalts, dass Sie sich pensionieren lassen wollen aus Gesundheitsrücksichten. In der nächsten Zeit können wir dann die Nachricht dementieren lassen. Jedenfalls werden Ihnen dann die Verbrecher zukommen lassen, was Sie weiter wollen. Watson, geben Sie der Redaktion der Times einen Wink, damit schon die morgige Zeitung etwas bringt. Und Holmes kritzelte ein paar Zeilen auf ein Blatt Papier. Hier, mein Freund, machen Sie rasch, dass Sie wiederkommen. Wir bekommen Arbeit. Nachdem Watson sich entfernt hatte, wandte sich Holmes wieder Gordon zu. Für die nächste Zeit, alter Freund, befolgen Sie Ihr früheres System, aber legen Sie mehr Wert auf Verkleidungen. Umgeben Sie sich nur mit bekannten Beamten, auf deren absolute Treue Sie sich verlassen können. Und so wie etwas passiert, sei es nun ein Selbstmord oder ein Spuk oder sonst etwas von Belang, so lassen Sie es mich sofort per Telefon wissen. Den Verbrechern wollen wir schon auf die Spur kommen und Ihnen das Handwerk legen. Und nun begeben Sie sich in Ihr Ressort. Ich muss an die Arbeit. Ich hoffe, dass wir bald gemeinsam einen Anfangspunkt finden. Aber gestatten Sie mir noch eine Frage, Mr. Holmes. Wie haben Sie die Annonce verfasst, die der Doktor eben forttrug? Holmes reicht ihm schweigend den durch Blaupapier hergestellten Durchdruck. McGordon las halblaut. Wie uns gestern aus zuständiger Quelle mitgeteilt wurde, hat der bekannte Polizeiinspektor McGordon die Absicht, sich aus Gesundheitsrücksichten in den Ruhestand versetzen zu lassen. Dieser Entschluss kommt sehr plötzlich und ungelegen, da der Inspektor ein Spezialist in seinem Fache ist und zusammen mit unserem Detektiv Sherlock Holmes wirklich geniale Daten vollbracht hat. Möge dem allseitig beliebten und noch recht jungen Beamten eine gute Gesundheit und ein langes Leben beschieden sein. Seinen Abschied bedauern wir auf das Schmerzlichste. Ach, na, Mr. Holmes, lächelte der Polizeiinspektor, gar so dicht hätten Sie die Butter nicht zu streichen brauchen. Holmes lächelte auch. Bitte, alter Freund, Ehre, wem Ehre gebührt. Sie können ruhig die festgestrichene Scheibe essen, sie schadet Ihnen nicht. Doch nun leben Sie wohl. Watson muss bald zurück sein und vorher muss ich mir erst noch genau die einzelnen Punkte durch den Kopf gehen lassen. Auf Wiedersehen. Adieu, Mr. Holmes, und nochmals. Besten Dank, dass Sie sich meiner Sache angenommen haben. Nun kann ich wenigstens hoffen, dass sich die ganze schreckliche Angelegenheit für mich günstig entwickelt. Adieu, Mr. Holmes! Und Gordon drückte warm die Hand des großen Detektivs und verließ das Zimmer. Untersuchungen und interessante Funde Holmes war nach dem Fortgang seines Freundes in tiefes Sinnen versunken. Seine Augen hatten sich geschlossen, seine Arme hingen schlaff herab, ja, selbst seine überaus geliebte Pfeife war erloschen. Holmes rauchte kalt. Da störte ihn ein rascher Schritt. Trap, Trap, Trap kam es die Treppe herauf, immer drei Stufen auf einmal. Plötzlich stürzte Watson herein. Holmes, Holmes, denken Sie sich auf Mr. Gordon ist ein Mordfall gemacht. Mit jähem Ruck schoss Holmes hoch. Die Zornesadern auf seiner Stirn schwollen wie Strecke an. Und? Und Gordon ist unverletzt geblieben. Gott sei Dank, dass dem so ist. Und mit einem Seufzer der Erleichterung ließ Holmes sich in seinen Sessel zurückfallen. Erzählen Sie, Watson. Als ich von der Redaktion zurückkehrte, nebenbei gesagt erscheint das eingesandte Morgen, sah ich, wie Mac Gordon unser Haus verließ. Kaum war er am Forsterplatz angekommen, in die Henry Street eingebogen, als drei Burschen auf ihn zustürzten. Ich war noch hundert Schritte von ihm entfernt, da sah ich Messer blitzen. Doch der Inspektor trat mit seinem Fuß, dem einen so energisch gegen den Leib, dass dieser hinstürzte. Da wollten die beiden anderen von der Seite hier Gordon erstechen, als dieser seinen Revolver hob und zwei Schüsse abgab. Man muss es dem Inspektor lassen, schießen kann er. Beide Verbrecher durch die Schulter erschossen. Wie immer umstanden Neugierige sofort den Platz, wo der Angriff wo sich ging. Aber die Verbrecher halten oder ihnen die Messe abnehmen, das wagte keiner. Brav gehandelt von Gordon, meinte Holmes nachdenklich. Einen Revolver hatte er, sagten sie? Ja, Holmes, bestimmt will ich das nicht behaupten, es war mir ja gleich die Aussicht benommen, aber ich meine doch den Knall eines Colt Revolvers von dem scharfen kürzen Knall eines Brownings unterscheiden zu können. Hm, machte Holmes sinnend, dann stand er auf und stopfte sich eine frische Pfeife. Nachdem er diese in Brand gesetzt und einige tiefe Züge daraus getan hatte, meinte er sinnend zu Watson, nun, was halten sie von der ganzen Sache und was schlagen sie vor zu tun? Die Kerls verhaften Holmes. Holmes lachte herzlich. Sie treffen den Nagel auf den Kopf, mein Freund, aber erst müssen wir sie doch kennen und gefasst haben. Aber machen sie sich bereit, es gilt einem Dämon in Menschengestalt das Handwerk zu legen oder deutlicher gesagt, es gilt die Fallen für ein menschliches Raubtier zu stellen und zwar so zu stellen, dass es blind links hineintappt. Watson war Feuer und Flamme. Rasch ließ er seine tadellos geputzten Selbstlade Pistolen in die Taschen seine Schaketts gleiten, nahm Hut und Mantel und wartete auf Holmes, der sinnend vor dem Kamin stand. Watson, holen Sie mir doch bitte einmal aus dem Laboratorium den braunen Lederkoffer mit dem Buchstaben L. Rasch eilte Watson davon, um das Gewünschte herbeizuholen. Inzwischen entfaltete Holmes eine merkwürdige Tätigkeit. Aus verschiedenen Schränken holte er eine Menge Verkleidungsstücke hervor und wählte prüfend zwei Anzüge von groß kariertem grauem Stoff. Eben war er dabei, den einen anzulegen, als Watson eintrat, den gewünschten Lederkoffer in der Hand. Aber Holmes, meinte er verwundert, wollen Sie einen Zecken markieren? Stimmt, lieber Doktor, kommen Sie bloß her, nehmen Sie diesen anderen Anzug und strafieren Sie sich so gut es geht aus. Kleben Sie sich auch einen kurzgeschorenen Schnurrbart an, damit Sie als der Sohn des reichen Lord Wilmore gelten können, den ich jetzt vorstellen will. Stecken Sie sich auch ein halbes Dutzend Brillantringe von unserem besten Smilies auf die Finger. Der einzige Sohn des reichen Engländers muss doch der Welt zeigen, wie er auftreten kann. So, Watson, jetzt nehmen Sie die Sachen mit, kleiden sich um und in einer Viertelstunde sind Sie fix und fertig hier. Watson wusste, dass Holmes nichts lieber hatte wie absolute Pünktlichkeit. Deshalb beeilte er sich mit seiner Toilette so, dass er wirklich nach 15 Minuten in die Arbeitsstube trat. Wie aber erstaunte er, als er statt des Detektivs einen Stock Engländer fand, einen echten Sohn Albions von dem Scheitel bis zur Sohle. Von den Wangen hingen die weißen Bart Koteletts herab und auf der großen Nase schaukelte bedenklich ein dicker goldener Kneifer. Watsons Gesicht musste originell ausgesehen haben, denn der Lord schmunzelte vergnügt und meinte dann in näselndem zu mir zu sagen, mein Junge, denken Sie dran. Ich bin also der Lord Wilmore und Sie der Sohn Watson. Jetzt kommen Sie mit zur Polizeistation, reden Sie aber nicht, sondern überlassen Sie alles mir. Es gilt, dass wir nicht erkannt werden. Also gehen Sie. Am Forsterplatz nahmen sie ein hochherrschaftliches Auto und fuhren zum Vorstand. Inspektor McGordon, der ihn gerade vertrat, empfing die hohen Herren mit einer respektvollen Verbeugung. Was steht zu Diensten, erkundigte er sich höflich, während er die Herren zum Platz nehmen einlud. Was kostet die Burgruine in Palmall, das möchte ich wissen, lautete die Gegenfrage des Lords. Der Inspektor prallte zurück. Die Burgruine in Palmall, Mister, die ist nicht verkäuflich. Die ist nicht verkäuflich, Mister, die ist nicht verkäuflich? Nein, für sie nicht, aber für mich doch, für mich, den Lord Wilmore, den Verwandten des Herzogs von Cumberland. Mann, Mensch, Jüngling, Mister, die ist nicht verkäuflich? Wagen Sie das noch mal zu sagen, so soll, also, was kostet die Ruine samt dem sie umgebenen Park? Äh, äh, Lordschaft kann ich mit dem besten Willen keine Auskunft erteilen, beeilte sich Gordon seinen vornehmen Besuchern zu erwidern, indem er eine tadellose Verbeugung machte, denn die hohen Titel der Herren hatten ihm einen heillosen Schrecken eingejagt. Ich muss mich erst danach erkundigen, wie viel Gold wollen sie denn für die alte verfallene Burg anlegen, wenn ich fragen darf? Fragen dürfen sie, aber ob ich antworte, Mister, das bleibt dahingestellt. Ich werde die Burg das ein Lord Wilmore auf den Preis eines Grundstückes zu sehen nötig hat. Ich will meine Sommer Residenz dorthin verlegen und werde sie darum restaurieren lassen. Ich wünsche deshalb auch den Park zu kaufen. Wann also können sie mir positive Gewissheit geben? In drei Tagen eure werte Lordschaft. Schön, sehr schön. Senden sie also Nachricht. Ich will hoffen eine bejahende ein Sotel de Paris. Mit einer steifen Verbeugung stellte Lord Wilmore mit seinem Sohn aus der Tür. Eben traten die Herren aus dem Portal des Gebäudes, als ihnen Mr. Feard, ein Reporter der Times, der ihnen gut bekannt war, entgegen kam. Der kommt mir wie gerufen, murmelte der alte Lord zwischen den Zähnen und als der Reporter an der rechten Seite des Lords vorüber schreiten wollte, Zeigefinger auf die Schulter. Sie, junger Mister, kennen Sie London? Wie meine Westentasche, Mister, in der ich seit Stunden auf der Suche nach einem Pfund bin. Weil dann sagen Sie mal, wie komme ich am besten nach Palmall zu der Burgruine? Ich will mir mein Land, wollte sagen, meinen zukünftigen Besitz ansehen. Haben Sie denn bei dem Sprugloch Land gekauft? Ich habe oder will vielmehr die ganze Ruine mit Park ankaufen. Spukt es denn da? Aber nicht so knapp. Gut, dann spuken wir mit. Ich frage nicht danach. Ein Lord Wilmore lässt sich nicht ins Boxhorn jagen. Lord Wilmore, sagen Sie? Gewiss, ich bin es selber. Komme eben aus Indien. Doch sagen Sie, Mister, wie komme ich am besten und am schnellsten dorthin? Da nehmen eure werte Lordschaft am besten ein Auto. In zwei Stunden sind sie da. Wünsche eure werte Lordschaft einen recht guten Tag. Und höflich den Hut lüftend eilte der Reporter mit Riesenschritten in die Redaktion der Times, um dort prühwarm die Geschichte des schwerreichen Lords zu erzählen und seinen Bericht in die Zeitung einrücken zu lassen. Und richtig erschien in der Abendausgabe folgender sensationserregende Artikel. indische Nabob Lord Wilmore die Absicht, die herrliche Burgruine in Palmall mit dem umgebenen Park zu kaufen. Es geht damit wieder ein herrliches Stück Land für das erholungsbedürftige Volk verloren. Jedenfalls aber wird der Lord gehörig in die Tasche greifen müssen, um den Besitz zu bezahlen. Aber er hat es ja dazu. Nachdem die beiden verkappten Lords im Auto die Burg erreicht hatten, stiegen sie aus und befahlen dem Chauffeur zu warten. Dann gingen beide langsam durch die hohen, teilweise noch recht gut erhaltenen Räume. Achtsam durchschweifte Sherlock Holmes, denn er war der alte Lord, die Gänge und Hallen. Mit einem Male blieb er stehen, öffnete den Lederkoffer und zog ein schwarzes Etui hervor. Diesem Etui entnahm er eine Tüte voll gelben feinen Sandes, den er vorsichtig auf eine bestimmte Stelle kreisförmig auf den Boden streute. Dann verschloss Holmes den Koffer wieder und begab sich auf die Hofseite, wo der herrliche Park mit ein paar riesigen Lindenbäumen begann. Vorsichtig suchte er nun diese hintere Hausfront ab. Nichts war zu finden. Teufel noch mal, entfuhr er seinem Munde. Hat denn dieser Satan auch an alles gedacht? Und wieder wandte er sich der Hausfront zu und suchte sie abermals ab. Das Resultat war dasselbe. Nichts Auffälliges zu sehen. Nun winkte er Watson, der ihm von Ferne aufmerksam zugesehen hatte, und beide begaben sich in das Innere der Burg zurück. In der Vorhalle blieb Holmes plötzlich stehen. Mein lieber Sohn, begann laut mit völlig veränderter näselnder Stimme, wir haben uns nun dieses alte Moderloch angesehen und ich werde es kaufen. An den Spuk, der hier sein soll, glaube ich nicht. Umso weniger, als wir nichts Spukhaftes gefunden haben. Morgen will ich mit meinem Baumeister zurückkehren und mit ihm hier über die Restauration sprechen. Komm, lass uns nach London fahren. Und alsbald saßen beide Herren im Auto und fuhren London entgegen. Vor ihrem Hause angelangt, bezahlte Holmes den Chauffeur und begab sich in sein Studierzimmer, wo er sich in seine gewöhnlichen Kleider warf. Dann telefonierte er an den Besitzer des Hotel Paris und teilte demselben alles mit, was derselbe über die Person des Lord Wilmore wissen musste. Eben hatte er den Hörer wieder angehängt, als Watson ins Zimmer trat. Sie kommen wie gerufen, mein lieber Doktor, meinte Holmes kordial, indem er sich seine Pfeife stopfte und sie anzündete. Setzen Sie sich nieder und erzählen Sie mir, was Sie von dieser Sache halten. Watson setzte sich Holmes gegenüber in einen Sessel und zuckte die Schultern. Ich weiß bis jetzt noch nichts, Holmes. Ich verstehe nicht, warum und weshalb Sie alle diese Schritte getan haben. Holmes lachte vergnügt sein feines lautloses Lachen. Dann sagte er, mein lieber Watson, Sie sind doch sonst nicht gerade auf den Kopf gefallen. Ich will Ihnen deshalb unterbrach das Telefon Sherlock Holmes. Mir ahnt, was kommt Watson, sagte der große Detektiv, während jedes Lächeln von seinem Gesicht verschwand. Hier Sherlock Holmes, wer dort? Hier McGolden, kommen Sie bitte rasch in die Morg, Mr. Holmes. Soeben wurde hier ein anscheinend toter fein gekleideter Herr eingeliefert, der sich einen Revolverschuss in die Brust beigebracht hat. Nach näherer Untersuchung stellte es sich aber heraus, dass das Leben noch nicht ganz erloschen ist. Die Ärzte bemühen sich seit zehn Minuten den Bewusstlosen ins Leben zurück rufen. Kommen Sie rasch, ehe es zu spät ist, näher teils mündlich. Bin in zehn Minuten dort, Mr. Gordon. Schluss. Nachdem Holmes den Hörer angehängt hatte, versank er einen Augenblick in tiefes Nachdenken. Nach zwei Minuten richtete er sich plötzlich auf. Watson, rasch in die Morg, wir wollen einem Rätsel auf die Spur kommen. Und nach wenigen Minuten sausten beide Herren im Auto zum Leichenschauhause. Der Weltdetektiv als Zauberer Nach zehn Minuten Fahrt hielt das Auto vor dem düsteren Gebäude der Morg. Eilig sprangen Holmes und Watson hinaus und während der Detektiv den Chauffeur entlohnte, öffnete sich bereits die Haustür und Polizei Inspektor Gordon eilte den Ankommenden aufgeregt entgegen. Machen Sie rasch, Mr. Holmes, der Mann ist zum Bewusstsein gekommen, aber anscheinend irrsinnig. Er behauptet, Bankier Allward zu sein, aber er ist das nicht. Sie kennen doch auch den Bankier Allward und werden mir bezeugen können, dass dieser Mann es nicht ist. Mit diesen Worten führte Gordon den Detektiv in ein dunkel verhangenes Zimmer, in des Mitte der Schwerkranke aufgebahrt war. Sein Gesicht war der Tür zugekehrt und als Holmes eingetreten war, überzog eine schwache Röte die Wangen des Verletzten. Mit ganz leiser Stimme sagte er, Ach, Mr. Holmes, wie mich das freut, Sie zu sehen. Sie allein sind der Mann mich zu retten. Ich bitte Sie um Beistand. Erkennen Sie tief bewegt an das Lager getreten. Regen Sie sich nicht auf, Verehrtester, das schadet Ihnen ganz beträchtlich. Wenn es Ihnen aber möglich ist, dann beschreiben Sie uns in kurzen Worten Ihr Unglück. Sie brauchen nur leise zu sprechen, mein Gehör ist vorzüglich. Der Kranke stöhnte auf. Ja, Mr. Holmes, ich kam von Paris, wo ich geschäftliches zu erledigen, hatte 500 Pfund bei mir da, in der Nähe des Selbstmörder Kirchhofers klatscht mir eine Kugel vor die Brust, ich fühlte den stechenden Schmerz, mehr weiß ich nicht. Und der Kranke fiel nach diesen Worten wieder bewusstlos zurück. Der Arzt wandte sich an Holmes. Er hat viel Blut verloren, darum diese Schwäche. Die Kugel ist durch die Brust gegangen, hat die Lunge Sie sitzt unter der Haut am Rücken. Der Verwundete fantasiert. Er hat sich selbst in einem Anfall geistige Umnachtung angeschossen. Sie sehen es ja am besten an der Kleidung, dass der Schuss aus einer Entfernung von 5 bis 10 Zentimeter abgegeben ist, denn das Zeug ist ganz angebrannt. Wo ist denn der Mann gefunden worden, Mr. Gordon? Ungefähr 100 Schritte von der Burgruine in Palmall, Mr. Holmes. Übrigens muss ich Sie später noch mal bestimmt sprechen. Sie wissen ja, gerne, alter Freund. Wo haben Sie denn den Revolver, mit dem der Mann sich angeschossen haben soll? Mac Gordon griff in die Tasche und überreichte Holmes einen kleinen, mit Perlmutter eingelegten, kostbaren Revolver. Sinnend betrachtete Holmes die zierliche Waffe. Es ist ein Velodok Revolver Mr. Gordon. Der Detektiv öffnete die Kammer und zog fünf Kupfer Mantel Patronen Kaliber 7 Millimeter hervor. Die sechste Kugel war abgeschossen. Doktor, wandte er sich an den Arzt, sehen Sie doch einmal nach, ob Sie die Kugel nicht bekommen können, die den Verwundeten getroffen hat. Sie sagten ja, sie säße unter der Haut. Und Sie, Watson, begeben liegt, der Ergatte sein will. Trotzdem selbst ich, Sherlock Holmes, ihn jetzt nicht erkenne. Sagen Sie aber der Dame, dass ich sie ersuche, hierher zu kommen. Beilen Sie sich bitte. Holmes wandte sich wieder dem Arzt zu, der ihm die geforderte Kugel übergab. Was halten Sie von der Verwundung? Der Arzt schüttelte den Kopf. Versprechen kann ich nichts, Mr. Holmes. Ich denke aber, dass bei der kräftigen Konstitution des Patienten die Heilung normal vor sich gehen kann. Wir müssen aber die Krise abwarten und das Wundfieber wird schlimm ausfallen, fürchte ich. Er kann von Glück sagen, dass er so viel Blut verloren hat, sonst wäre sicherlich eine innere Verblutung eingetreten. Holmes besah sich die Kugel einen Augenblick, dann wandte er sich an McGordon. Alter Freund, Sie sind ja auch Kenner. sagen Sie mir von welchen Patronen stammt diese Kugel und erhielt dem Inspektor das kleine Projektil entgegen. Das ist eine 7,6 Millimeter Browning Kugel Mr. Holmes antwortete prompt der Inspektor. Ganz genau alter Freund sehen Sie hier Doktor und Holmes zog seinen eigenen Browning aus der Tasche und entnahm der Waffe das Patronen Magazin aus dem ihr eine Patrone hervorzog. Vergleichen Sie beide Kugeln was sehen Sie sind beide dieselben Mr. Holmes Sie haben doch stets recht. Daraus geht hervor meine Herren dass dieser Mann sich nicht mit seinem Revolver erschossen hat sondern dass ein Mörder diesen auf weite Entfernung vielleicht 100 Schritt die Entfernung passt genau auf die Durchschlagskraft einer Browning Kugel erschossen hat. Um den Mord zu verwischen hat er dem Bankier den Revolver zu Füßen gelegt doch das später unterbrach er sich indem er nach der Tür horchte dort kommt ein Wagen es können die gewünschten sein und richtig kaum waren zwei Minuten vergangen als Watson die Mrs. Allwood ins Zimmer führte diese stieß einen leisen Schrei aus als sie die leblose Gestalt auf der Bahre liegen sah aber tapfer hielt sie ihren Schrecken zurück und trat an das Lager nachdem sie das Antlitz des reglosen längere Zeit betrachtet hatte sagte sie tief aufatmend Gott sei Dank es ist nicht mein Mann wer dieser Unglückliche auch sein mag ich kenne ihn nicht im ersten Augenblick meinte ich das Haar sieht dem seinigen so täuschend ähnlich aber ich muss mich irren mein Mann trug allerdings auch keinen Bart der Mann hier sagte aus dass er von Paris käme meinte der Doktor zu Mrs. Allward ja Mr. dorthin ist mein Mann auch gefahren aber ich erwarte ihn erst in etwa acht bis zehn Tagen zurück dieser Mann hier ist nicht mein Gatter auch die Kleidung die dort auf dem Stuhl liegt ist nicht die seine Sie werden irren Mr. Holmes Beantworten Sie meine Frage beharrte Holmes sinnend ohne den letzten Vorwurf zu beachten kennen Sie nicht an Ihrem Gemahl irgendeine bemerkenswerte Absonderlichkeit die Sie erkennen würden Leider nein Mr. Holmes nur das Haar dieses Unglücklichen erinnerte mich im ersten Schrecken an das jenige meines Gatten sinnend ging Holmes einige Male auf und ab dann trat er an das Lager des Kranken heran und untersuchte das Gesicht desselben auf das peinlichste plötzlich röteten sich seine sonst so bleichen Wangen Watson rief er aus fahren Sie bitte nach Hause und holen Sie mir den Lederkoffer mit der Aufschrift H aus dem Laboratorium aber eilen Sie die Zeit drängt jede Sekunde kann hier den Tod bringen und während Watson ohne Kopfbedeckung davonrannte durch alte Holmes mit dem Chronometer in der Hand die dunkle Stube ab und zu einen Blick voll Mitleid und Besorgnis auf den regungslos Darliegenden werfend der Doktor McGordon wagte nicht die Stille zu unterbrechen nach etwa zehn Minuten sagte Holmes plötzlich nachdem er den bewusstlosen Schaf beobachtet hatte Doktor auf meine Verantwortung geben Sie dem Mann eine schwache Morphium Injektion aber Mr. Holmes fuhr der Arzt auf bei diesem Schwächezustand noch eine Morphium Einspritzung das kann ich nicht verantworten Doktor tun Sie wie ich Ihnen befohlen Holmes beugte sich abermals über den Patienten und befühlte dessen Lippen Doktor warten Sie noch fünf Minuten so haben Sie den Tod dieses Mann auf dem Gewissen vorwärts Mann es handelt sich um Sekunden ich erkläre Ihnen später alles tun Sie es auf meine Verantwortung Fragend blickte der Arzt den Polizei Inspektor an dessen Augen vollbrennende Erregung auf die des Detektives gerichtet waren Tun Sie nach dem Will Mr. Holmes Doktor Er weiß was er sagt Sie können ihm vertrauen Kopfschüttelnd kam der Arzt der Aufforderung nach und führte die Einspritzung aus Aber die Nerven des Patienten schienen gar nicht darauf zu reagieren Sherlock Holmes schien dies Resultat zu befriedigen denn er nahm seine Wanderung durchs Zimmer wieder auf Darf ich mich nicht entfernen meine Herren bat Frau Allward plötzlich die sich in die hinterste Ecke des Zimmers zurückgezogen hatte Ich ertrage den Anblick des Unglücklichen nicht mehr Rasch wandte Holmes sich um Sie ertragen den Anblick des Mannes da nicht ich sage Ihnen Sie werden mir auf den Knien danken dass Sie ihn ertragen dürfen Nehmen Sie sich zusammen in einer Viertelstunde spätestens ist alles vorüber Aber Mr. Holmes schrie Miss Allward auf Nicht so laut antwortete Holmes Wollen Sie den Patienten da töten Wacht der Unglückliche in den nächsten acht Minuten auf dann wacht er nur auf um zu sterben Seien Sie also ruhig Zwei Minuten verstrichen in bleierner Langsamkeit Sechs Minuten hin flüsterte Holmes Eine Minute um den Koffer zu holen Sechs Minuten zurück macht 13 Minuten eine Minute die Vorbereitungen macht 14 Minuten bleiben mir noch vier Minuten übrig Watson lauf eile sonst ist es zu spät wieder verrannen zwei Minuten Watson lassen Sie mich nicht im Stich flüsterte Holmes erregt jetzt müssten Sie eigentlich hier sein mein Freund die 13 Minuten sind vorüber heuch knattert da nicht ein Auto da stürmte Watson vollständig erschöpft den Koffer in der Hand ins Zimmer sofort ergriff Holmes denselben richtig murmelte er aufatmend und entnahm ihm eine Flasche voll hellroter Flüssigkeit und eine Morphium Spritze drei Tropfen dieser Tinktur ließ er in ein Reagenz Gläschen fallen und vermischte dieses mit einem halben Gramm Alkohol nun sog er diese Flüssigkeit in die Spritze und begann sich ans Lager des wie tot daliegenden einen Augenblick zögerte er dann senkte er langsam die seine Spritze unterhalb des Auges in das Fleisch und drückte den Kolben nieder mit einem Seufzer der Erleichterung richtete er sich dann wieder auf es ging um knappe zwei Minuten Doktor passen sie auf kommen auch sie mrs Alward aber hüten sie sich auch nur einen Seufzer auszustoßen denn sonst ist ihr Mann doch noch verloren aber Mr. Holmes weinte mrs. Alward weiß wie kalkwerdend sogleich presste Holmes seine Hand auf ihren Mund noch einmal so laut und ihr Mann ist verloren passen sie auf und siehe da kaum waren zwei Minuten verstrichen als sich im Antlitz des Patienten eine gewaltsame Änderung vollzog dicke Schweißtropfen quollen aus allen Poren die dicke Nase verschwand und nahm eine natürliche Form an die Wangen fielen etwas ein die Lippen wurden dünner die Stirn die vorher rund gewölbt war straffte sich und wurde platter das Antlitz veränderte sich zusehends mit einem Male sprang Holmes auf Frau Allward zu und fing die Ohnmacht fallende auf mein Mann kam es noch flüsternd über ihre Lippen dann verließen sie die Sinne Holmes ließ sie sanft zu Boden gleiten Watson und Sie Mrs. Gordon bringen Sie Mrs. Allward in ein Zimmer und kümmern Sie sich um sie damit sie zu sich kommt Sie Mr. Gordon trösten die Dame und verhüten irgendwelche Aufregung dieses ihres Gemahls Na sie wissen es ja selbst am besten dass der Bankier keine Aufregung vertragen kann Watson strich dicht neben Holmes vorbei und drückte diesem dabei verstohlen einen abgerissenen Zettel in die Hand den Holmes sogleich sich umdrehend und scheinbar mit dem Koffer beschäftigt las Hotelbesitzer de Paris telefoniert Lord Kramer will Lord Wilmore sprechen Hotelbesitzer hat gesagt Wilmore sei der Bankier Geld abheben Watson Als Holmes es gelesen hatte ließ er das Stückchen Papier in die Westentasche gleiten packte seinen Koffer zusammen und richtete sich auf Gut Herr Doktor in längstens einer Stunde wird der Bankier zu sich kommen verbieten sie ihm jedes sprechen erzählen sie ihm meinetwegen dass seine Blässe ihn unkenntlich gemacht hat jetzt sei seine Identität erwiesen rufen sie jetzt kranken träger und lassen sie ihn in seine Privatwohnung bringen sie wissen ja selbst dass sich bald heftiges Wundfieber einstellen wird tun sie ihr Möglichstes um den Mann seiner Frau zu erhalten beide haben es verdient denn sie sind wahre Wohltäter der Armen als Lohn werde ich ihnen das Präparat nennen vermittels dessen der oder die Verbrecher den Bankier so unkenntlich gemacht haben und dessen selbst ich mich mitunter bei schweren Fällen bediene ebenso das Gegenmittel werde ich ihnen nennen und zeigen dass sie es kennenlernen und bei gelegentlichen Fällen anwenden können ich vertraue dabei auf ihre Verschwiegenheit denn einmal bekannt wäre dies ein furchtbares Mittel für Verbrecher ihre Strafe leicht durch unkenntlich machen ihrer Person zu entfliehen jetzt verlasse ich sie und vertraue ihrer bekannten Sorgfalt den Patienten an falls das Wundfieber einen anormalen Verlauf nimmt lassen sie es mich wissen damit ihnen gegebenenfalls Dr. Watson zur Seite steht aber Mr. Holmes Sie sind ein Zauberer ich erkenne es an sind Sie aber auch Arzt der Detektiv nickte lächelnd zu meinen Geschäften gehörte die Giftlehre auch Herr Doktor und Sie wissen dass ich monatelang Indien bereist habe dort im Lande der Wunder habe ich vieles gesehen und gelernt wovon sich Männer der Wissenschaft in Europa kein Bild machen auch diese eben erwähnte Tinktur stammt daher doch leben Sie wohl Herr Doktor weiß Mr. Gordon nach mir fragen sollte so sagen sie ihm dass er mich in zwei Stunden in meiner Wohnung sprechen könnte adieu adieu sie genialer Mann und achtungsvoll drückte der Doktor Holmes die Hand worauf letzterer leise das Zimmer verließ die aufgestellte Falle im Hinaustreten aus dem Hause traf Sherlock Holmes den Chauffeur der Watson hergefahren hatte in heftigem Streit mit einem Polizisten verdammt nochmal flucht dem breiten irisch der ehrsame Motormann von seinem erhabenen Sitz herab lasst mich um des Teufels willen in Ruh ich habe euch bereits zehnmal gesagt dass ihr auf den jungen Geheimpolizisten warten sollt der hier hineingegangen oder vielmehr gestürzt ist als säße der Doktor Mezi H. Festofeles oder wie das Ding heißt ihm im Nacken dieser Mann hat mir geboten mit äußerster Kraft zuzufahren und wenn ich dabei ein halbes Dutzend von eurer Sorte umgefahren hätte statt der paar Körbe mit Eiern dann wären der Pfannkuchen noch mal so rindvieh dumm fragt so bockse ich euch meine Fäuste in den Leib wo ehrsame Menschen den Magen vermuten dass eure Großmutter für euch ne Wringmaschine wird verstanden lachend trat Holmes zu der Gruppe verehrter Mister und er legte die Hand auf die Schulter des Polizisten sie kennen mich nicht wahr erschrocken fuhr der Polizist herum und starrte Holmes an wahrhaftig Mr. Holmes was befehlen sie ich stehe ihnen zu diensten was ist denn hier vorgefallen Mr. Holmes der Chauffeur hat die erlaubte Schnelligkeitsgrenze überschritten er fuhr mit der Geschwindigkeit eines Eilzuges durch die Boston Road konnte natürlich am Roadway Markt die Biegung nicht bekommen und sauste mitten durch alle Markt Weiber hindurch die schreiend auseinander stoben dabei überfuhr er ein halbes hundert Körbe mit und Tassen es sieht am Markt aus wie auf einem Schlachtfelde lächelnd hatte der große Detektiv den Bericht des Policemen über sich ergehen lassen dann meinte er schreiben sie allen Schaden auf Mr. und bringen sie mir die Rechnung Dr. Watson hat auf meine Bitte dem Chauffeur die Order gegeben mit der größten Geschwindigkeit zu fahren es handelt sich nämlich um ein Menschenleben das kostbarer ist als ein paar Tassen zu Befehl Mr. Holmes und der Polizist legte die Hand an den Helm und ging fort währenddem wandte sich Holmes an den Chauffeur sie haben meinen Namen gehört fahren sie möglichst rasch nach meiner Wohnung ich bezahle sie dann dort gut Mr. Holmes ihre Wohnung kenne ich grinste der Chauffeur habe schon mehr als einen Menschen an ihr Haus gefahren und mit einem Hebel Druck setzte er das Gefährt in Bewegung nach zehn Minuten rascher Fahrt hielt das Auto vor dem Hause in der Baker Street Holmes stieg aus und reichte dem überrascht aufschauenden Chauffeur eine größere Banknote und während dieser noch Dankesworte stammelte verschwand der Detektiv in seinen Gemächern nach abermals zehn Minuten betrat ein fein gekleideter Herr es war Lord Wilmore Gemächlich wanderte er zwei Straßen hinunter und betrat dann das Vestibül des Hotel de Paris Der Hotelbesitzer telefonisch benachrichtigt hieß ihn herzlich willkommen und führte ihn in die besonders fürstlichen Räumlichkeiten Nach fünf Minuten überbrachte der Zimmerkellner auf einem Teller dem Lord Wilmore eine Visitenkarte Lord Edward Kramer Bombay ZT Punkt London Punkt Indien Punkt Ausgezeichnet Ich lasse bitten Einen Augenblick später betrat ein Mann Anfang der 30er in feinster Kleidung das Zimmer Das gebräunte von einem schwarzen Vollbart umrahmte Gesicht verriet den Tropenmann Mit einer aristokratisch vornehmen Verbeugung sagte er mit wohlklingender Stimme Ich bitte vielmals euer Lordschaft um Entschuldigung dass ich sie zu belästigen wagte Aber es gereicht mir zur Ehre ihnen als Landsmann meine Aufwartung machen zu dürfen Mit einer vornehmen lässigen Bewegung der ringgeschmückten Hand deutete Lord Wilmore auf einen Sessel Verehrter Lord begann er mit langsamer zitternder Stimme Wenn man 71 Jahre alt ist und die Sonne des Südens das Mark der Knochen eingetrocknet hat dann kann man die rüstige Jugend beneiden Ich rechne es ihnen hoch an dass sie mir die Ehre ihres Besuches gaben und da ich hier fremd bin und mich nicht mehr so sehr um die Welt mit ihren Pflichten kümmern kann so diene ihnen dies zur Entschuldigung Aber ich Ja ja wenn man 71 Jahre alt ist Was ich noch sagen wollte Mein Gedächtnis lässt mich bisweilen im Stich Es ist dumm dass mein Sohn nicht da ist Er ergänzt den abgerissenen Faden meines Gedankens immer Gestatten euer Lord schafft mir den Dienst Sie meinten soeben dass sie hier fremd wären Richtig richtig verehrter Lord das meinte ich Also da ich hier fremd bin noch dazu 71 Jahre alt kann ich also nach einer mir passenden Sommer Residenz umgesehen und da passt mir die Umgebung London sehr Ich sage Ihnen Lord die Burgruinen Palmall oder Palmall wie das Ding heißt werde ich kaufen und restaurieren lassen Dort unter den herrlichen alten Bäumen des Parkes lässt sich vorzüglich Lust wandeln Über das bärtige Gesicht des Besuchers ging Entzucken Ich würde euer Lord schafft dazu nicht raten denn wie ich gehört habe soll ein Geist sein Wesen dort treiben Aber bester Lord wenn man 71 Jahre alt ist und was wollte ich noch sagen Und der alte Lord betupfte nervös seine Stirn Darf ich Ihnen helfen meinte der Besucher höflich Sie meinten dass es auch noch andere schöne Besitztümer um London gäbe nicht wahr Ja jawohl verehrter Lord so meinte ich wenn man 71 Jahre alt ist Nun ich will morgen mit meinem Baumeister mir noch einmal die Räume in der Burg ansehen Möglich ist es ja immer dass sich inzwischen auf die Annonce meines Haushofmeisters jemand meldet der sein Gut verkaufen will Aber Aber was wollte ich doch sagen Darf ich Ihnen wieder helfen fiel plötzlich der Besucher lächelnd ein Euer Lord Schoft wollte wohl sagen dass die Burgruine in Palmall recht teuer ist Freilich freilich lieber Lord Sie treffen den Nagel auf den Kopf Ja wenn man 71 Jahre alt ist verlässt eine mit unter das Gedächtnis Jaja das Besutztum wird recht viel Geld kosten doch was fragt ein Lord Wilmer nach Geld Ich habe auch die Absicht noch die umliegenden Ländereien und Güter zu kaufen Wenn ich morgen Mittag mit dem Baumeister die Burg besehen habe und sie mir doch gefällt so will ich gleich von den benachbarten Gutbesitzern die Ländereien erwerben Ich komme eben von der Bank von England und habe mir dort ein Aviso anlegen lassen denn ich muss doch als Anzahlung eine bedeutende Summe bar hinterlegen Muss also wohl morgen diverse tausend Pfund Noten mitnehmen werde per Auto hinfahren Jaja wenn man 71 Jahre alt ist verehrter Lord dann kann man nicht mehr so laufen wie früher Der Besucher erhob sich Da haben sie recht mein Lord aber gestatten sie mir die Bemerkung dass eure Lordschaft nicht wie ein 70 jähriger aussieht so jugendlich sehen sie aus dass ich sie eher auf 40 als auf 50 geschätzt hätte auch Lord Willmore hatte sich lächelnd erhoben sie schmeicheln mein Lord aber recht haben sie auch abgesehen von der Gedächtnisschwäche die mich mitunter befällt fühle ich mich so jung dass ich es in Boxen und Ringen mit ihnen wohl aufnehmen möchte und sie würden sicher Sieger werden verehrter Lord vollendete Kramer mit verbindlichem Lächeln doch gestatten euer Lordschaft dass ich mich zurückziehe ich möchte ihre kostbare Zeit nicht länger in Anspruch nehmen und mit einer tadellosen Verbeugung verabschiedete er sich als ich die Tür geschlossen hatte strafften sich mit einem Male die Züge und die Gestalt des alten Lords die Fäuste erballten sich und zischend kam es von seinen Lippen wenn ich mich nicht so in der Gewalt hätte dann hätte ich diesem verruchten Verbrecher ins Gesicht gespiehen mit verbindlichem Lächeln auf den Lippen und solchen schwarzen Plänen im Herzen Pfui Teufel und verächtlich Spiel Holmes auf die Erde aber so dumm in die gestellte Falle tappen Junge daran solltest du denken und langsam sich zur Tür wendend drückte er den Elfenbeinern Knopf der elektrischen Klingel nieder der den Kammerdiener herbeirief lautlos trat dieser ein wissen sie fragte der Lord indem er ihm ein Geldstück in die Hand drückte ob der Lord der eben mein Gast war hier im Hotel wohnt jawohl euer Lordschaft der Lord Kramer bewohnt die Apartments neben ihnen also Zimmer 60 bis 63 ich danke ihnen ich werde jetzt ausgehen wann ich zurückkomme weiß ich nicht bestellen sie dieses ihrem Chef auf Wiedersehen mit einer Verbeugung entfernte sich der gut geschulte Diener also der Spitzbube wohnt nebenan murmelte Holmes vor sich hin vielleicht erstatte ich ihm auch meinen Gegenbesuch ab zwar anders als der verehrte Lord es sich denkt aber wie sagt doch das Sprichwort in der Not frisst der Teufel fliegen wenn er welche kriegen kann will doch erst einmal sehen wie sich die ganze Sache weiter verhält So ein unfreiwilliger Besuch wäre nicht ganz gefahrlos und vielleicht völlig nutzlos Nachdem er noch eine Weile gewartet hatte verließ Holmes die Zimmer draußen bestieg ein Auto und fuhr seiner Wohnung zu Das Netz zieht sich zusammen Nachdem Watson und McGordon die ohnmächtige Frau Bankier Allward in ein anderes Zimmer des Leichenschauhauses gebracht hatten und Watson sich um die Dame bemüht hatte begaben beide Herren sich in das vorige Zimmer zurück wo ihnen der Doktor meldete dass Holmes sich eiligst entfernt habe Bestütz nahm Gordon die Nachricht entgegen Zum Donnerwetter meinte er enttäuscht Das ist mir recht unangenehm Ich habe doch extra Mr. Holmes gesagt dass ich ihn notwendig sprechen müsste Nun segelt er mir davon und ich muss sehen wie ich ihn wiederkommen kann Dr. Watson Nun nehmen Sie mir es übel oder nicht Aber ich bleibe nun so lange bei Ihnen bis Mr. Holmes sich bei Ihnen oder Sie sich bei ihm einfinden Auf diese Weise kann ich Mr. Holmes wenigstens nicht verfehlen Nur zu Mr. Gordon lachte Watson Ihre Anwesenheit ist mir sehr erwünscht und willkommen in dieser langweiligen Zeit Langweilig sagen Sie langweilig Das ist nicht schlecht tatsächlich nicht Ich wüsste wirklich nicht wie eine Zeit wie diese langweilig wäre Wenn es nach mir ginge dann ersehnte ich Tage die sie interessant nennen müssen scheinen ja schrecklich zu sein Nun Mr. Gordon ich wüsste schon wo Mr. Holmes steckt Warf Watson auf des Polizei Inspektors lange Rede mit schlauem Lächeln ein Doch wenn es ihnen recht ist verfügen wir uns in unserer Wohnung Mir wird hier ganz melancholisch zumute Und die Tür zur Krankenstube leise öffnend winkten beide Herren dem Arzt ein Draußen angekommen nahmen sie ein Cab und fuhren zur Baker Street wo sie nach einigen Minuten ankamen Nachdem Watson den Kutsche entlohnt hatte begaben sie sich in das gemütliche Studierzimmer Holmes wo der Polizeiinspektor sich sogleich einen Lehnsessel vor den Kamin rückte sich behaglich hineinwarf und sagte So mein Freund jetzt bin ich Sherlock Holmes Nun geben Sie mir aber eine von meinen Besten Verstanden Watson reichte lächelnd dem Gewaltigen die Kiste voll der feinen Henry Glays und Gordon langte sich einer heraus entzündete sie tat einige Züge und meinte dann in tiefem Kehl laut mit Behagen Ja wer es auch so gut haben könnte wie Holmes Solch herrliches Kraut kann sich kein armer Polizeiinspektor halten Nun machen Sie aber einen Punkt lieber Freund lachte Watson der die Gewohnheit Holmes annehmend sich eben eine Pfeife angezündet hatte Sie und ein armer Mann ein Gegensatz wie Tag und Nacht erstens haben sie ein fürchterliches Gehalt und zweitens verdoppeln sie dasselbe noch durch Nebeneinkünfte und drittens begleiten sie einen hohen unabhängigen Posten was wollen sie noch mehr na ich danke war die höfliche Erwiderung des Inspektors schweigend rauchten beide einige Minuten da rasselte plötzlich das Telefon Sturm ruhig stand Watson auf und nahm den Hörer ab dem Inspektor den zweiten Hörer gebend hier Watson wer dort hier ist ein Freund ist Mr. Holmes zu Hause ich will erst wissen wer dort ist wie heißen sie mein Name ist 11 verstehen sie ihn nun ich wollte nur melden dass wenn der Oberschnüffler sich noch einmal in unserem Viertel sehen lässt er einfach tot geschossen wird verstanden jawohl bester Mr. Störgeräusch werde es pünktlich bestellen möchte ihnen aber bemerken dass sie sich einen guten Revolver kaufen müssen Holmes hat ein zähes Leben wenn sie mir ein gutes Trinkgeld geben dann will ich ihnen einen von den meinigen geben die stets für Gelichter eures Schlages geladen in meiner Rocktasche stecken auch verstanden brrrr ertönte das Schlusszeichen lachend hängte Watson den Hörer an dergleichen Sachen bekomme ich all Tage fast zu hören Mr. Gordon meine Güte versetzte der Inspektor entsetzt ich würde doch nicht ruhig schlafen können wenn ich solche furchtbaren Feinde hätte Hunde die bellen beißen nicht aber da sehen sie am besten welchen schönen Dienst sie haben miss missgönnen sie nun noch Holmes sein sauer verdientes Geld sie sind ein schlauer meier dr. . Watson doch da kommt Holmes welchen Glück für mich hurra hurra und der königliche Beamte stürzte dem Detektiv entgegen doch oh Schreck die Tür wie von Geisterhand verschlossen trotzdem der Schlüssel von innen steckt mit einem Bums rannte Gordon mit dem Schädel gegen die Tür füllung so zurücktaumelte zum Teufel noch mal mit euren verflixten Teufelskünsten was ist das wieder für eine Art mich so der Bewegungsfreiheit zu berauben dr. Watson augenblicklich öffnen sie die Tür sonst schlage ich sie ein Watson lachte dass ihm die Tränen aus den Augen liefen mein bester Mr. Gordon versuchen sie einmal diese Tür da ein zu schlagen sie besteht aus ziemlich dicken Stahl Aluminium Platten ich glaube nicht dass es ihnen gelingt und dass ich sie eingeschlossen habe dort steckt ja der Schlüssel schließen sie doch auf ich habe sie nicht eingeschlossen versuchen sie doch einmal sie haben jedenfalls die Klinke nicht genügend niedergedrückt mcg mcgordon warf einen schiefen blick auf watson der ruhig und unbeweglich vor dem kamin in seinem lehnstuhl saß dann rieb er sich seine stern und drückte energisch die klinke nieder und oh wunder lautlos öffnete sich die tür das verstehe einer wer will brummte er ärgerlich bleiben sie mir mit ihrem teufels kram vom leib seitdem ich oben das laboratorium homes gesehen habe mit den tausenden von elektrischen drähten seitdem habe ich gelinde ausgedrückt einen heillosen respekt vor euch beiden und sich wie einen geprügelten hund schüttelnd warf er sich in seinen Sessel und beobachtete ein ärgerliches Schweigen nach etwa einer Viertelstunde betrat plötzlich Sherlock Holmes das Zimmer Gordon der erschrocken sich erhoben hatte stieß einen halblauten Freudenschrei aus sie kommen mir so recht wie einer Katze die Maus meinte er freudig dem großen Detektiv die Hand drückend es ist vieler leid zu besprechen Mr. Holmes Ihre Methode und Ihr Rat haben sich trefflich bewährt und vorher erlauben Sie wohl verehrter Freund dass ich mir meine Pfeife stopfe oh bitte Mr. Holmes bitte wenn ich auch vor Ungeduld brenne zwei Minuten Zeit gebe ich Ihnen gern dieser las laut vor an den Polizei Inspektor Gordon Sie haben unsere Warnung befolgt das rettete ihr Leben bleiben Sie also bis auf weiteres im Dienst doch hören Sie diesen Befehl Sie sollen verhindern wie ist Ihre Sache dass die herrliche Burgruine in Palmau verkauft wird unsere Vereinigung bezweckt dem Volke sein Eigentum zu erhalten befolgen Sie diesen Befehl nicht so sterben Sie Nun muss ich Sie mit der im Brief erwähnten Tatsache bekannt machen fuhr McGordon fort Also vorgestern kamen zwei Herren zu mir Sie wissen ich habe die Vertretung der Chefs Der eine Herr ein Lord Wilmore scheinbar Milliardär wollte diese eben im Brief erwähnte Burgruine kaufen und fragte mich nach dem Preis Ich versprach ihm in drei Tagen Bescheid geben zu wollen Was raten Sie mir zu tun Eine Weile lehnte Holmes sinnend zurück Dann sagte er Da die ganze Angelegenheit die ich durch die Zeitung übrigens bereits erfahren habe noch schwebt Sie ja auch in drei Tagen noch keinen Bescheid erhalten haben können Wer kann es wissen so rate ich Ihnen vorläufig die Dinge gehen zu lassen wie sie gehen und nichts zu unternehmen Ich garantiere Ihnen alter Freund dass Ihre eigene Sache nämlich die Verbrecher Gesellschaft bald Ihnen ausgeliefert wird Ich hoffe und wünsche dass der Henker von London seine Schlinge gut geknüpft hat damit dieser Satan der Anführer ihn nicht entschlüpft Ich kann Ihnen momentan keine weiteren Auskünfte geben aber vertrauen Sie mir Sie wissen dass meine logischen Berechnungen selten falsch sind und nun gehen Sie ruhig nach Hause alter Freund Ich bitte Sie aber wenn es Ihnen gelüstet bei der Verhaftung des vielfachen Mörders dabei zu sein sich morgen Mittag gegen 11 Uhr hier einfinden zu wollen Bis bald Mr. Gordon Ich hoffe dass Sie die morgige Nacht besser schlafen werden und lächelnd drückte Holmes seinem Freund die Hand und geleitete ihn zur Tür Mein lieber Watson warnte sich Holmes die Tür hinter dem Polizei Inspektor verschließend an den Doktor der eifrig die neuesten Tagesblätter studierte Watson kommen Sie und stecken Sie sich eine Pfeife an und setzen Sie sich neben mich es verlangt mir danach mich mit Ihnen zu unterhalten Watson legte nahm neben Holmes Platz dieser begann Also merken Sie auf mein Freund Sie haben mit mir heute die Burgruinen Palmall besichtigt Sie haben gesehen dass ich an einer bestimmten Stelle einen gelben Sand eine Salpetersäure Verbindung hingestreut habe Ich vermute oder besser gesagt ich weiß jetzt dass in der Burgruine der Verbrecher sich aufhält Es gilt nun ihn dort zu beobachten lassen sie sich durch kein Gespenst oder sonstige fürchterliche Geister Erscheinung erschrecken oder beeinflussen Sie sollten nämlich heute Nacht mit Ihrem Freunde Jim Perry in der Burgruine wachen Ich bitte Sie darum mich voll auf zu vertreten Ich überlasse Ihnen alles Sie haben alles gesehen und gehört was ich selbst gesehen und gehört habe und Sie werden wissen wie ich zu handeln pflege Die ganze Verantwortung soll diesmal auf Ihren Schultern fallen also überlegen Sie und handeln Sie wie ich es tagtäglich tue Watson sprang erregt auf Aber bester Holmes wie nun wenn ich etwas verkehrt mache Dann gibt es in der höchsten Not noch einen Ausweg und dieser Ausweg bin ich der Sie nicht im Stiche lässt Also gut Holmes antwortete Watson zweifelnd Ich will Ihnen keine Schande machen Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen Ich breche sofort auf um Jim Perry aufzusuchen Er wollte den Hast aus dem Zimmer stürmern jedoch hielt ihn Holmes an dem Rock Ärmel fest Nicht so eilig Watson Wenn Sie so eilig und hitzig an ein so gefährliches Unternehmen gehen Dann wette ich ein Pfund Sterling gegen eine taube Nuss dass sie alles verderben Darum ruhig Blut mein Junge Lass dir in Ruhe die Räumlichkeiten durch den Kopf gehen und überlege wo Vermeidet jedes Unnütze Aufflammen eurer Laternen und jedes Unnütze Lärmen Nun viel Glück mein Junge Dr. Watson winkte noch einmal seinem Meister zu Dann stürzte er aus dem Hause der Wohnung seines Kollegen Jim Perry zu Eine Nacht voll Schrecken In London hatte gegen Nachmittag ein feiner Regenzufallen begonnen Schon frühzeitig flammten die Lichter der Riesenstadt auf aber auch denen gelang es kaum den Nebel zu durchdringen Um 9 Uhr etwa eilten zwei dunkle Gestalten in dicken Regenmänteln den Hut tief ins Gesicht gedrückt die Hände in den Taschen auf der Landstraße nach Palmol zu Es waren Dr. Watson und dessen Freund Jim Perry Beide führten scharf geladene Browning Pistolen und helle elektrische Taschen Laternen mit sich John schien sich in seine Rolle zu fühlen und sagte belehrend Jim wir müssen vorsichtig sein denn wer weiß ob sich der Verbrecher nicht am Eingang vielleicht hinter dem großen Tor verborgen hält Ach was John sei nicht ängstlich entgegnete Kühn der junge Kollege Watsons wir wollen den Kerl schon kriegen Wieder eilten beide vorwärts Die Finsternis lichtete sich allmählich Es schien als ob der Vollmond zu seinem Recht kommen wollte denn ab und zu guckte er durch die Wolken Wand Nachdem die beiden Herren eine Stunde etwa gegangen waren hörte der Regen ganz auf Die Wolken verzogen sich rasch und silbern glänzte das runde Vollmond Gesicht vom Himmel herab Nach einer Stunde hatten beide ihr Ziel die Ruine erreicht Watson schritt als erster lautlos vor ebenso folgte Jim Perry In der Vorhalle angekommen gähnte beiden eine tiefschwarze Finsternis entgegen Watson zog seine elektrische Taschenlaterne und ließ sie aufflammen Dann schritten beide auf leisen Sohlen durch den Korridor in den Ahnensaal wo noch einige alte Ritterrüstungen an den Wänden angekettet standen als Erinnerung an längst verflossene Jahrhunderte Leise versteckten sich die beiden Männer hinter einem Mauer Vorsprung und harten der Dinger die da kommen sollten Die Uhr wies wohl die zwölfte Stunde als mit einem Male Jim Perry Watsons Arm fasste Hörtest du nicht eben einen Laut John fragte er flüsternd Psst machte dieser Da erscholl es plötzlich scharf und hell wiederhallend unheimlich durch die alte Burg und zugleich strich es leise rauschend gleich einem Gespenst über die Köpfe der ängstlich lauschenden hinweg John was war das flüsterte Jim erregt ich weiß nicht Jim lautete ebenfalls ängstliche Antwort hier scheint es tatsächlich zu spuken ich wollte Holmes wäre hier mir wird ganz unheimlich zumute wieder ertönte ein Rauschen unterdessen war beiden als ob Stimmen miteinander flüsterten Stimmen die aus dem Grabe längst versunkener Geschlechter zu kommen schienen angstvoll lauschten beide nach einer Weile meinte Watson leise ich wollte diese Nacht wäre schon vorüber wollen wir nicht einmal einen Rundgang durch die einzelnen Gemächer unternehmen um keinen preist John bedenke wie leicht man davon rückwärts überfallen werden kann jeder Mensch müsste uns doch kommen hören umso mehr wir nicht mit der Örtlichkeit vertraut sind außerdem ist jetzt gerade die Geisterstunde und du weißt ja dass ich nicht gerade abergläubisch bin aber man soll auch den Teufel nicht an die Wand malen Watson versuchte ein Lachen doch es gelang ihm nicht denn im selben Moment klirrte leise eine alte Ritter Rüstung meine Güte stammelte Watson jetzt wird noch dieses alte Eisen wieder lebendig wenn doch Holmes hier wäre wo steckt er eigentlich John ja mein Jim das weiß ich selber nicht als ich von zu Hause fortging um dich abzuholen lag er behaglich rauchend in seinem Lehnsessel am Kamin wo er jetzt ist weiß ich sicherlich nicht du meinst aber nicht auch dass er für uns bumm dröhnte es plötzlich gleich einem dumpfen Kanonenschuss laut und anhaltend durch die Hallen der Burg beide Lauscher waren erschrocken hochgefahren John was war das ich weiß nicht Jim jedenfalls spukte es hier ganz bedenklich komm wir wollen fort ich halte es hier nicht länger aus und Jim hinter sich herziehend den Strahl der Laterne vorausgerichtet eilte Watson durch den langen Korridor in dem ihre hastigen Schritte wieder halten in der Vorhalle angelangt prallten beide entsetzt zurück denn die schwere eichene Eingangstür der alten Burg war zugeschlagen was machen wir nun flüsterte Perry entsetzt nun hat uns der Wind das Tor zugeschlagen Watson entgegnete nichts sondern machte sich an dem gewaltigen verrosteten Schloss der Tür zu schaffen nach nach einigen minuten emsigen arbeitens und anwendung aller kräfte wandte wandte sich enttäuscht um mein lieber Jim wir sind gefangen vor morgen früh werden wir nichts unternehmen können lass uns also in den Ahnensaal zurückkehren und uns dort niederlegen sollte uns irgendein übermenschliches Wesen begegnen so knallen wir einfach drauf los vorwärts Jim zaudre nicht Holmes würde an unserer Stelle gerade so handeln Watson zog seine Browning Pistole hervor und beide Männer gingen schweigend und aufmerksam dem Ahnensaal entgegen eben traten sie in den Saal ein als beide wie zur Salzsäule erstarrt stehen blieben und mit weit aufgerissenen Augen auf einen weißen Strahl blickten der gerade vor ihnen an der grau-weißen Wand aufleuchtete und siehe da heraus trat langsam und geisterhaft eine weiße Gestalt von Kopf bis zu den Füßen in ein weißes leuchtendes Gewand eingehüllt eilte sie mit erhobenem Arm zur Tür da schrie Watson plötzlich gellend auf wenn du nicht ein Teufel bist der uns alle narren will so versuche einmal ob du diese Stahlkugel aushalten kannst er hob seine Browning und gab hintereinander alle sieben Schüsse ab klatschern schlugen die kleinen Stahl gepanzerten Projektile in die Wand große Stücke Mörtel absprengend aber der Geist war nicht getroffen mit langsamen Bewegungen ließ dieser sein Gewand fallen und heraus trat ein menschliches Gerippe aus den leeren Augenhöhlen dem Schützen zugrensend zwei laute wimmernde allmählich ersterbende Schreie halten gellend durch die öden Hallen dann sanken beide Männer ohnmächtig zu Boden während das Gerippe die Tücher aufhob sich umhängte und langsam sich allmählich in nichts auflöste einen Augenblick hörte man drei trappelnde Schritte und alles war still nur das geister schreckt sich öffnende Tor knarrte in den rostigen Riegeln und der Mond warf seine matten strahlen freundlich zur Burg herein die Stelle aber auf der sich eben das Drama abgespielt war leer völlig leer eine Stunde später erklärte leise die alte Ritterrüstung die auf der Balustrade im Ahnensaale stand vorsichtig hob sie die Arme und nahm sich selbst den großen Helm vom Kopf und heraus kletterte eine dunkle schattenähnliche Gestalt nachdem diese den Eisenhelm wieder auf die Schultern der Rüstung zurückgesetzt hatte glitt sie wie eine Schlange absolut unhörbar zur Tür und verschwand im Schatten der alten Bäume des die Ruine umgebenen Parks Entlarvt Die Uhr auf dem Korridor in Sherlock Holmes Hause schlug zehn helle Schläge als der Detektiv in seinem Lehnsessel vor dem Kamin die Ohren spitzte Er hält Wort flüsterte er vergnügt Er hält Wort das freut mich ungemein Drei Minuten später trat der Polizei Inspektor McGordon ins Zimmer Ah guten Tag Mr. Holmes Sie wünscht mich zu sehen Hier bin ich in selbsteigener Gestalt verfügen Sie ganz über mich Ich stehe Ihnen wie immer vollständig zur Verfügung Ich wette aber dass ich weiß was Sie mit mir vorhaben Das glaube ich auch alter Freund Warum glauben Sie das auch Sie können ja gar nicht wissen was inzwischen vorgefallen ist denn kein einziger meiner Beamten kann mit Ihnen darüber gesprochen haben Holmes lächelte vergnügt Sie wissen alter Freund dass ich in Ihr Inneres sehe Ferner wissen Sie dass es nicht immer nötig ist bei irgendeinem Vorkommnis dabei sein zu müssen Man kommt durch logisches Denken und berechnet oft besser zum Ziel Soll ich Ihnen also einmal erzählen was Sie für ein so furchtbares Geschäfts Geheimnis haben Na da wäre ich ja gespannt wie ein Revolverhahn Na dann hören Sie gestern Abend hörten einige Wächter Schüsse in der Burgruine fallen Habe ich recht Ei zum Donner Also weiter Die Wächter gehen hin und finden Was können sie da wohl finden Sagen wir so Sie finden das alte Tor was sonst ständig offen steht geschlossen Ist es nicht so Aber da hört sich doch also weiter Sie holen Hilfe und wie sie zurückkommen sehen sie gerade noch wie ein Mann der Verbrecher natürlich aus dem Tor kommt und im Dunkel der Nacht und im Schutze des Parks verduftet Ist es nicht so alter Freund Mit weit aufgerissenen Augen stierte der Inspektor den genialen Detektiv an Dann meinte er nach einer Weile Ich bin nicht aber gläubisch Mr. Holmes aber Sie machen mich aber gläubisch Es ist unmöglich dass Sie von der ganzen Geschichte etwas wissen konnten Wie haben Sie Wo haben Sie denn das alles erfahren Es stimmt bis auf den I-Punkt Holmes Holmes lachte herzlich Ich weiß noch mehr alter Freund aber nun zu etwas Wichtigerem Später werde ich Ihnen alles erklären und Sie werden dann große Augen machen wie einfach alles war wenn nur jemand es wie ich bei dem richtigen Zweig anfasst Also warum ich Sie wünschte Haben Sie Lust jetzt gleich mit mir zur Burgruine zu fahren Ich möchte Ihnen gern einen mir bekannten Herren vorstellen Einen Ihnen bekannten Herren vorstellen Echote Gordon Was soll denn das nun wieder bedeuten Mr. Holmes Sie belieben sich stets so zweideutig auszudrücken dass man sowohl weiß als auch schwarz daraus machen kann wie es einem in den Kram passt Na dann machen Sie schwarz und kommen Sie mal mit alter Freund in mein Ankleidezimmer Ich muss Sie aus einem Polizei Inspektor in einen harmlosen Baumeister verwandeln und das erfordert Zeit und Arbeit Auch bitte ich Sie jetzt eben an Ihren Detektiv Triste zu telefonieren Er soll unser Auto lenken denn es ist gut wenn wir einen absolut zuverlässigen Mann bei uns haben Nachdem McGordon telefoniert hatte begaben sich beide in das Ankleidezimmer des Detektives wo in großen Schränken hunderte von Anzügen von der allergewöhnlichsten Sorte bis zu den feinsten Kleidungen sich befanden Nach einer halben Stunde war die Maskerade beendet und während McGordon sich noch sorgfältig frisierte hob Holmes wie lauschend das Haupt Warten Sie mal einen Augenblick alter Freund ich höre das Telefon läuten und rasch eilte er in sein Arbeitszimmer Nach fünf Minuten trat er wieder bei Gordon ein Es tut mir unendlich leid alter Freund begann er ärgerlich aber eben bekomme ich eine für sie und mich äußerst wichtige Nachricht die mich von hier fortruft Binnen fünf Minuten muss ich unterwegs sein Ich kann deshalb nicht mit nach Palmall Es klingelt nämlich ein gewisser Lord Wilmore an ein recht guter Bekannter von mir dem ich in Indien vor Jahren einmal einen kleinen Dienst erwies Dieser Lord wenn ich nicht irre sprachen sie bereits von ihm und seinem Projekt bat mich um eine Gefälligkeit Ich erzählte ihm von unserer beabsichtigten Fahrt nach Palmall und da drückte er den Wunsch aus an meiner Stelle mit ihnen fahren zu dürfen Was sollte ich machen ich sage dir zu haben sie etwas dagegen Ich bewahre Mr. Holmes nur wüsste ich nicht was ich nun dort ohne sie soll Sie sollen als Baumeister mitfahren erzählen sie dem alten Herrn etwas vor und untersuchen sie dabei die Burg noch einmal genau was mir entgangen sein kann finden sie vielleicht mcgordon lachte für so dumm halten sie mich oho alter freund da irren sie aber was einem Sherlock Holmes entgangen ist das entgeht mir zehn mal aber man kann ja nicht wissen sie kennen ja auch das schöne alte deutsche sprichwort von der blinden Henne die auch mal ein Korn findet nicht wahr Holmes lachte nun sie müssen solche sprichwörter nicht gleich auf sich beziehen alter freund doch die zeit drängt ich habe dem lord bescheid gesagt sie selbst werden ihn in meinem arbeitszimmer empfangen bis bald alter freund viel vergnügen und guten erfolg und Holmes drückte dem polizeiinspektor kräftig die hand nahm hut und stock und verließ das zimmer nach einer guten viertelstunde klingelte unten die haustür glocke und zwei minuten später betrat der alte lord willmore das zimmer in dem sich mcgordon als baumeister verkleidet befand wie mir mr holmes telefonisch mitgeteilt begann ohne formelle begrüßung nachdem er sich auf eine einladende handbewegung des inspektors in einen sessel gesetzt hatte wollen sie mr taft mich nach palm begleiten sehr wohl euer lordschaft schön da ich fern ein auto vor der tür unten sah nehme ich an dass es für uns bestimmt ist und deshalb können wir wohl sofort aufbrechen und der alte lord erhob sich mit diesen worten und verließ von gordon gefolgt das zimmer um das haus um draußen in dem wartenden auto platz zu nehmen der chauffeur detektiv triest war natürlich sehr erstaunt zwei fremde herren das gefährt besteigen zu sehen verfügte aber als einer amten von scotland yard über so viel intelligenz dass er den zusammenhang ahnte und ohne weiteres das auto auf palm all zusteuerte während der fahrt behielt der alte lord das still schweigen bei welches er schon bei beginn beobachtet hatte der baumeister vollständig in seine rolle vertieft erzählte dies und das ohne dass der lord darauf reagierte endlich fiel ihm aber doch das merkwürdig beharrliche schweigen des lords auf und er fragte nach dem grunde es ist meint der alte lord resignierend ich habe mir den rechten arm und die rechte schulter beim fallen verletzt sie sehen die bandagen und ich habe heftige schmerzen sie können sich da denken dass ich keine luft zum sprechen habe reden sie aber ruhig weiter ich höre ihnen gern zu und mit einem brummtiefen seufzer lehnte der greis sich in die polster des autos zurück nach etwa zwei stunden hatte das vehikel die ruine erreicht und hielt still rasch öffnete gordon die tür des wagens schwang sich behende hinaus und stützte den alten lord wetter noch einmal entfuhr es ihm unwillkürlich sie hatten wohl den ganzen rechten arm in eisen gelegt es entschienen mr taft es entschienen doch nun erklären sie mir einmal die burg sie chauffeur bleiben hier und warten bis wir wiederkommen und er schritt dem baumeister voran zum portal der burg mit merkwürdigen gefühlen folgte mcgordon er schien den alten lord nicht vertrauen zu können bis zum ahnensaal ging der lord voran dann blieb er stehen und sagte mit lauter stimme diesen alten herrlichen ahnensaal möchte ich mir gerne erhalten herr baumeister sollte es sich nicht machen lassen dass beim restaurieren dieser burg der saal bleibt wie er ist gewiss sobald der kauf der burg perfekt ist werde ich ihnen eine zeichnung vorlegen damit sie dieselbe nach ihrem gut dünken revidieren können sie werden dann die alten gemäuer von grund auf untersuchen damit ich nicht auf meinen alten tage erleben muss dass es hier spukt ich glaube sowieso na mein lord bemerkte sinnend der baumeister das mit dem spuken ist doch nicht so ohne ich habe da verschiedenes in der zeitung gelesen ich weiß doch nicht aber herr baumeister lachte der alte lord sie werden doch nicht an diesen schwindel glauben wollen kommen sie wir wollen uns nach der hofseite begeben ich will von da aus zum auto zurück kehren um noch zu den gut besitzern hier in der umgebung zu fahren ich will hier land erwerben beide herrn wandten sich zum gehen als sie mit einem male wie erstarrt stehen blieben vor ihnen stand plötzlich mit erhobenen armen eine weiße gestalt mit rohler grabestimme rief sie den beiden männern zu verwegen er die es wagten den frieden dieser borg zu stören ich müsst sterben wenn ihr nicht sofort von hinnen eilt kommt nie wieder wenn euch euer leben lieb ist da wich der bann der auf mcgordon gelegen hatte mit einem mächtigen satze war ihr bei dem gespenst und packte es bei den armen doch mit furchtbarem schmerzensschrei taumelte er rückwärts die blutigen hände schlenkernd noch einmal flieht verwegene rief der geist mit drohend erhobener hand aus sonst seid ihr verloren da richtete sich plötzlich der alte lord auf bart und perücke fiel zu boden das wollen wir doch einmal sehen mein lieber herr geist dröhnte seine plötzlich veränderte stimme schneidig auf und mit zwei schritten stand er vor dem geist und packte mit nerviger faust dessen arm so dass dieser einen schrei des schmerzens ausstieß doch der lord ließ nicht nach immer fester spannte er seine rechte hand um den arm des geistes der sich vor schmerzen krümmte der griff der verbrecher plötzlich in sein gewand und ein messer blitzte auf und ehe mcgordon der bestürzt zugesehen hatte dazwischen springen konnte hatte der geist das messer zweimal mit aller gewalt gegen die brust des lords gestoßen doch was war das die scharfe klinge drang nicht hindurch hoch lachend ließ der lord den arm des geistes fahren hob die hand und versetzte ihm einen furchtbaren faustschlag auf den kopf so dass der verbrecher wie vom blitz gefällt betäubt zu boden stürzte da wandte sich der lord um und sherlock holmes der geniale detektiv stand vor dem kriminalbeamten mr holmes schrie entsetzt mcgordon auf welches teufelspiel treiben sie mit mir holmes lächelte sein altbekanntes lautloses lächeln dann besah er die blutenden hände des polizei inspektors welche glücklicherweise nur leicht verletzt waren ja ja alter freund meinte er dann das hätte ich von ihnen nicht erwartet dass sie sich so plötzlich auf den famosen geist stürzen würden ich hätte sie sonst gewarnt sehen sie hier und holmes zog seine handschuhe aus unter denen die blanken stehlenen panzer handschuhe zum vorschein kamen ich hatte die stachlige haut unseres herrn da berechnet und selbst sein messer prallte an mir ab hörten hörten sie nicht an dem geschrei des geistes alter freund wie ich ihm die nägel in sein eigenes fleisch drückte auch an die messerstiche dachte ich ja ich erwartete sie förmlich welchen schrecken muss der kerl bekommen haben als ein messer an meinem brustpanzer abgeprallt und er sich an der zerbrochenen klinge arg die hand zerstitt ich durchdachte ja den ganzen plan von a bis z kommen sie her wir wollen ihm mal seine geister kleidung ausziehen und seine hand verbinden damit dem henker seine beute nicht entgeht und holmes zog dem bewusstlosen verbrecher die weißen gewände aus und es erschien ein lederkoller der dicht mit nägeln besetzt war nun verband er die hand des verbrechers während der polizei inspektor die beine des geistes in eisen legte dann trugen beide männer ihn in eine nische und legten ihn dort nieder einen augenblick musterte holmes den regungslos daliegenden mit scharfen augen dann meinte er plötzlich kommen sie mr gordon ich muss meine beiden gehilfen jetzt befreien und er eilte in eine ecke des ahnensaales wohin gelbe flecken auf dem steinboden führten dort hob er eine holzklappe empor und es erschien eine treppe wenige stufen brachten ihn in einen keller wo er dr watson und champerry gefesselt und geknebelt vorfand rasch durchschnitt er beiden die fesseln die befreiten erhoben sich und reckten sich die steif gewordenen glieder wie sollen wir ihnen danken mr holmes das schweigen sie nun still unterbrach sie holmes lächelnd ich muss euch diesen vormittag dort liegen lassen sonst wäre die frucht nicht reif geworden was seid ihr aber beide für helden jetzt lasst uns aber nach oben steigen und die kinematografische Einrichtung suchen womit euch der und holmes verließ den keller gefolgt von gordon watson und jim nach längerem suchen fand holmes dann oben ein kleines gemach in dem ein vollständiger kinematograf mit dem skelettfilm aufgestellt war nachdem dann der verbrecher im auto zur polizeistation gebracht war begaben sich alle drei herren zur holmes wohnung wo mrs hutzen ein feines dinner aufgetischt hatte erklärungen nachdem alle drei herren der guten küche mrs hutzen alle ehre getan reichte watson auf holmes bitte zigarren herum nun erzählen sie aber mr holmes begann mac gordon vor ungeduld brennend wie haben sie alles erfahren holmes streckte sich behaglich in seinem lehnstuhl aus paffte ein paar riesige wolken gegen die stubendecke und begann mein lieber mr gordon bevor sie in ihre angelegenheit zu mir kamen wusste ich durch die zeitungen dass hier in london sich viele selbst morde zutrugen dies beschleunigte meine rückkehr als ich mit watson darüber sprach kamen sie und erzählten mir von den drohbriefen ich ahnte dass ein und dieselbe person ihre hand im spiel hatte sie haben bei dem bankier all what erfahren mit welch furchtbaren mitteln der verbrecher arbeitete das mittel das gesicht eines menschen zu verändern durch eine injektion stammend aus indien ich habe von dort mir selbst das gegen mittel mitgebracht und beim bankier angewand sie sahen mit welchem Erfolg weiter als ich hörte dass der mörder in der alten burgruine spukte da verkleidete ich mich als lord wilmot und wollte die burg kaufen ich bitte sie alter freund vielmals wegen meiner täuschung um entschuldigung sie durften aber auf keinen fall beeinflusst sein deshalb die komödie in der burgruine hatte ich vorher auf einer mir verdächtigen stelle bleiglätte hingestreut ich sah daher heute wohin die gelben fußspuren führten und wusste dass im keller watson und jim die der verbrecher als geißeln benutzen wollte lagen kaum waren sie watson gästen abend fortgegangen als ich mich aufmachte und vor euch die ruine erreichte sie haben sicherlich die alte ritter rüstung in der ich mich versteckt hielt klirren hören ich konnte das geräusch vermeiden dachte aber ihr würdet vielleicht drauf kommen dass ich in dem ding steckte und euch deshalb sicherer fühlen ich sah auch die gruselige kinematografische Vorführung und amüsierte mich dabei wie ihre kugeln mein lieber Watson genau mitten durch das Gerippe fuhren und als wir mr gordon und ich dann zusammen die burg untersuchten sprach ich laut damit der verbrecher uns hören sollte und er ging richtig auf den leim da ich wusste dass er einen stachelpanzer trug panzerte ich mich auch und es gewährte mir Freude als ich ihn mit meiner gepanzerten Hand die nagelköpfe ins fleisch drückte ich hoffe und wünsche dass dieser scheußlichste aller verbrecher seiner gerechten strafe nicht entgeht doch geben sie mir meine geige Watson mich ekelt vor solchen auswüchsen der menschheit einen augenblick mr holmes fiel mcgordon ein aber meinen sie nicht ob dieser furchtbare verbrecher helfers helfer gehabt hat wie sollte er wohl sonst zu viele morde begehen rums wiegte langsam den kopf hin und her ich habe die begründete annahme mr gordon dass dieser verbrecher seine helfers helfer nachdem diese für ihn eine mordtat vollbracht hatten einfach auch ermordete solch ein schurk ist viel zu klug um sich nicht den rücken freizuhalten die kleineren sachen wie diebstähl und so weiter wird er seinen kumpanen wohl gut bezahlt haben wir werden wohl allerlei schöne sachen von ihm und den aufgegriffenen burschen noch zu hören bekommen ich denke dabei an die drei kerle die sie niedergeschossen haben und die jetzt im hospital liegen und holmes lehnte sich in seinen sessel zurück und schloss die augen während perlenreihe klänge aus seiner stradivari quollen die sich zu fantastischen gestalten vor den geistigen Augen der Zuhörer verdichteten und ihre Gedanken von dem täglichen allerlei hinaufführten zu dem herrlichen Schaffen unserer alten Tonmeister